Ich mein sowas wie Krankenhaus, das ging immer. Oben ist zu. Ja vor allem zur Polizei. Na ist zu. Aber ich hab 100% im Gastank gehört. Oder Benzintank oder irgendein Tanker, der explodiert ist. Alles für uns, was ist denn das? Bei mir nicht. Vielleicht weiß ich auch bei mir beim Haus. Wäre geil, wenn ich so ein Flugzeug rumgefliegen würde. Wo ist denn hier ne Tankstelle? Hier ist alles sauber. Ich bin ein bisschen rechts von euch. Geh mal rein. Ja geh rein. Okay. War schon lange an mein Elektro, ich muss mal hallo sagen. Überall. Meine ganzen Freunden und Verwandten. Wohl eher Verwandten. Wohl eher. Die Polizeistation bohrt sich bei mir schon wieder nicht auf. Wer ist denn der ganz unten? Ja ich, wahrscheinlich. Schüsse. Jo. Ziemlich knapp auch mit mir vorbei. Wurde getroffen. Wurde getroffen. Wurde getroffen ja. Extrem weit weg. Wer denn an der Polizei? Ich. Geh rein. Alter, das liegt gerade so extrem, ne? Ja bei mir auch. Ich komm nicht rein, weil die Scheiße sich schon wieder nicht aufbaut. Stehe ich da außen rum ein bisschen. Welche wo bist du? Bisschen nach rechts laufen Richtung Feuerwehr. Jens komm mit. Jo. Wollen wir nicht besser in die Feuerwehr rein? In die ganz rechts außen, in die Industrie meine ich. Ja die hinter dem Sniperhügel, ne? Ja die rechts wo wir das letzte Mal gestorben sind. Bist du da schon? Ich lauf gerade darauf zu. Zombies hinter dir, ja. Oh. Wow. Was? Was? Wer schießt denn da so? Keine Ahnung, wer ist denn der mit der? Ja knall den doch da ab. Ich hab'n. Ich hab das nicht geschickt, dass das der ist. Ich weiß gar wo der herkam. Jetzt wäre schön mich zu verbinden. Ich blute, ich hab ne Fraktur. Bitte danke. Boah, die hat mir alles ruiniert. Warte, hier ist doch irgendwo jemand. Tot. Jungs ihr seid Nullchecker, wisst ihr das? Ja jetzt hat ja keiner irgendwas gesagt. Ich sag die ganze Zeit, es wird auf mich geschossen. Ja aber von wo hast du ja auch nix gesagt. Es war zu weit weg um das festzustellen. Der war direkt vor uns gestanden. Kann man wir animieren oder so? Doch, nötig. Oh fuck, ich hätte den scheiß Defibrillator mitnehmen sollen. Flashy, wo bist du jetzt? Genau bei der Feuerwehr oder was? Ja, genau da. Da kommst du jetzt am besten sügigst her. Ja, bin dabei. Alter, Alter. Pass auf, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Wer nicht? Wer nicht? Wer schießt du? Wer schießt du? Wer schießt du? Auf was? Auf was? Welchen schießen? Auf Zombies? Vielleicht auf Gegner? Kann ich auch noch. Da hätt ich schon langsam. Äh, ich hab mir irgendwas gebrochen. Du bist tot. Nö. Lebe ich doch wieder. Ich bin tot. Ach du liegst da nur. Äh, kann mich nicht einer verbinden? Hast du nix zum selber verbinden? Ne, wir haben ne Fraktur. Ja, wenn der Andi jetzt mal langsam herkommen würde. Ich bin dabei, okay. Ja, wo bist du denn? Du warst bei der Polizei. Ja, ich lauf gerade in den Sniperhügel runter. Beruhig dich, ja. Nee, du machst es einem einfach nur saumäßig schwer. Das ist das Problem. Hallo, Rebo, ich sag dich so runtergehen. Ich sag mir jetzt genau. Oh. Der Stöcker ist dabei. Hallo. Tot. Noch wieder. Hopp. Was macht denn der Typ? Ey, ich werde beschossen. Komm jetzt rein. Oh. Wo seid ihr? Jetzt bin ich tot. Wo seid ihr verdammt nochmal? Mein Gott. Ich hab's dir jetzt schon 20 mal gesagt. Ja, super. Du bist grad an der Feuerwehr und wo? Jetzt brauchst du dann nicht mehr hinkommen. Wir werden die ganze Zeit... Andi, mach's doch nicht so schwer immer. Herrgott. Was? Ich will nur wissen, wo ihr seid. Du sagst, ich komm nicht und dann sagt keiner, wo ihr seid. Also bitte. Bei der Feuerwehr. Zum taussten Mal. Die Feuerwehr ist... Aber keine Ahnung. Innen drin. Ich würde mal sagen, da liegen 10 Leute davor. Wie wär's, wenn du da herkommst? Äh, ich hab keines gesehen. Ja, bist du tot jetzt? Oder was? Du bist bei der falschen Feuerwehr mit Sicherheit. Bist du tot? Nein, ne? Ich bin bei der verdammten Feuerwehr in der Industrie, hinterm Sniperhügel oder was? Ja, hast du. Auf mich wird gar geschossen. Ja. Ja. Ich kann jetzt einmal außen rumlaufen, hab dich nicht gesehen. Ja, super. Du bist mit in der Stadt drinnen. Oder was? Oder war der außen? Außen? Ja, da bin ich auch. Ich kann schon wieder nicht schlagen. Ich muss mich schon wieder auslaufen, Alter. Das fuckt doch ab, ey. Ja, ich bin hinter dir. Was? Achso. Da kommen so fucking viele Zombies. Ja, ich kann ja nichts machen, ist das Problem. Ich kann jetzt schlecht irgendwie irgendwas öffnen. Oh, mein Berg liegt da. Ich seh ihn, ich seh ihn. Lauf, 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 lauf. Fuck. Warum läufst du uns? Fuck you, man. Ich seh ihn stehen, Alter. Na, Alter. Bei wem geht jetzt ein Telefon? Ne, ist nicht so viel. Fashi, bist du mit Deckung gegangen? Ja, ja, aber ich hab so viele Zombies hinter mir. Was ist denn los? Kai. Hi. Hi. Ich sag's ja nur ungern, aber ich kann jetzt schießen, ich muss mich auslocken. Ja, und ich hab drei Zombies hinter mir und ich seh den Gegner. Weil der im Gefecht ist? Ja. Wo denn? Elektro. Ach scheiße. Ach du scheiße. Alter, weiß wo ich bin? Hm, ne. Wahrscheinlich ziemlich weit oben. Der hat mich Tuprofka geschickt. Tuprofka. Hey, du bist tote Art. Oh. Ja, aber die sind andere, Flashy ist eine Feuerwehr und kriegt, aber schnallt es nicht, dass der andere Typ, der da einfach nur rumsteht, nicht zu uns gehört. Ja, weil keiner was gesagt hat. Ja, ich hab doch vorher die ganze Zeit gesagt, dass der wird auf mich geschossen. Was soll ich denn sonst noch sagen? Wer schießt? Du musst beschreiben. Flashy, bis. Oh. Bravo. Ich versteh nix. Bist du noch da, wo du grad warst? Ja. Ich bin tot. Ach, Mann, Alter, ich hab so kein Bock mehr heute. Ja. Hat er dich erschossen? Oh, Alter, weiß ich wie lange ich dafür brauche, um wieder zurückzukommen. Das ist ne ernsthafte Frage, ob der mich jetzt erschossen hat. Ja, du hast gesagt, du hast 5 Zombies hinter dir fällt, da hatte ich da einen getötet. Mein Gott. Ach, Mann, du bist tot? Nee. Der ist auch nur Zombie, Junge, Zombie. Ach, cool, ich bin bei Robo gespawnt. Ach, cool, ich bin bei Robo gespawnt. Ach, Gott. Ich hab grad null Bock mehr. Ja, keine Lust. Hey. Ich mach mir jetzt auch noch die Hälfte, dann ja. Rucksack und so, dann bin ich aber auch weg. Ich bin grad von online irgendwie alle weg. Gibt auch nix. Hier ist noch niemals ein Zombie, der mich töten könnte, ey. Ich weiß gar nicht, wer mich jetzt so getötet hat. Vor allem wie. Ich hab den Typ auf den geschossen, der am Berg lag. Hm. Und dann ist er aufgestanden, wurde von nem Zombie angegriffen, hat die Axt gezogen. Und dann bin ich weitergelaufen, auf den zu und wird sich tot. Da war ja noch einer. Necke ich jetzt auch mal stark davon aus. Ja, der eine stand ja fast vor mir. Ja, der mit der schwarzen Weste. Ja. Ne, den hab ich ja getötet. Kommt hier. Geht's da runter. Oder nix. Nix. The fuck. Hier war das nicht so oben hocken bleiben, Leute. Sehr gut. Sehr gut. Ja, denk mal nach. Hä, was war denn das jetzt halt? Keine Ahnung. Habt ihr's auch gehört? Ja. Nein. Ne. Ihr, ihr. Was hat's nicht gesprochen oder was? Ihr, ihr packt. Ihr, ihr packt eure Waffen auf den Rücken und kommt dann raus. Alter, wer redet da? Ja. Ja, ne Ahnung. Der Admin. Da mit allen sprechen. Also, alle hören lassen. Achso. Ja. Hat er jetzt brutisch auch noch. Du bist nicht auf unserem Server, gell? Echt? Ne. Ne. Ich bin noch bei Reziner oben. Am Dach. Achso. Vorhin hab ich mich hingelegt. Dann steht das Spiel, also der Typ automatisch auf, nimmt die Alka in die Hand und schmeißt sie weg. Geil. Ja. Total geil. Hab die Waffe nie wiedergefunden. Oh scheiße. Hast du irgendwie JG gedrückt oder? Ne, gar nichts. Ich hab mich hingelegt. Weil, ähm, Andi hat sich ausgelockt. Also war er nicht schlecht. Alter denn da rum wie ein Idiot, alter. Tja, und dann ist er einfach aufgestanden von alleine. Und wer ist jetzt von euch überhaupt noch im Spiel drinnen? Ne, ich bin nur noch gerade drin. Ich rüste mich soweit noch aus. Welche bist du noch drin? Ja, klar. Andi? Nee. 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 Sorry, dass ich gerade euch so angeholt hab. Naja, schon gut. Hab dich doch lieb. Für sie halt. Ja, ich weiß, es hat mich jetzt gerade so gestresst, dass einfach gar nichts vorwärts wieder ging. Aber wie ich mich gefühlt hab. Ja, glaub ich dir mal. Du siehst die Typen sogar und schnallst es nicht. Ich war gerade irgendwie so verwirrt. Ich hab gedacht, die Schüsse kamen von weiter weg, weil die so leise waren bei mir. Deswegen hab ich die ganze Zeit weiter hinter geschaut. Ja, ich hab' die Schüsse kamen von weiter weg. Ich hab' einen Idiot. Oh ich hab jetzt noch zwei Kilometer oder ja nach Berezin noch, ich kann da jetzt einfach wieder rein aufgesch... Wenn ich einen davon seh, dann boxe ich den K.O. ey, doch verschissen. Berezin noch nicht mehr Berezin noch, soll ich mal rüber wechseln? Elektro. Ach so, weil gerade eh mal... oder? Oder hab ich da was falsch verstanden, Revo? Er meinte gerade Berezin noch. Wo soll ich denn sonst hin? Ich weiß es nicht. Ich versuche mal, meinen Glück in einen zu töten. Wenn ich die nach Berezin noch Oda mache... Das ist doch so klein, das zeigt mir meine App noch niemals an, ey. Ich bin mal kurz weg, moment schnell. Jo. Ja, ich bin tot. Geschmack... Wtf! Du machst ja die... Musik an, ey. Auch geil Und noch Dings Ja schön für dich Fuck you Was labert dich denn voll? Ah, mit der scheiß Musik nervt er mich hier gerade Ey Ingo, wie kommt es, dass du zocken kannst? Äh, mein Freund ist jetzt weg Alles gut Kurz weg Ah, scheiß, irgendwie drauf Wie lange ist er weg? Ich hab keine Lust jetzt Ja, weiß nicht, das war schon ein Minimum Ach so, passt Wann musst du seine Freundin abholen? Ich weiß es noch nicht, die schreibt mir dann, wenn sie aus hat Ach so Ach so Ach so Ach so Ach so Ach so Ich such mir jetzt einen leeren Server und dann wird das scheiß Airfield gelootet, Alter Ach so Bei mir ist nicht so voll, so Wie heißen du ins Team? Hals müh nicht? Zodiac Ach so Ah so Ich glaub, das hab ich da Ich komm da immer durcheinander Wie viel sind noch drauf auf deinem Server? Sechs Leute Also fünf, mit mir sechs Ich bin mal weg Okay Ciao Ich bin auch noch mal kurz weg, ich hol mir was zu trinken Ich bin gleich wieder in Elektro Aber sorry Rivo, ich weiß echt nicht was da gerade los war Ist ja voll seltsam Wo ist denn der plötzlich hergekommen? Keine Ahnung, ich hatte nur ein Zombieren sehen Dann hab ich da einen gesehen Erst dachte ich das wärst du Weil der fast genauso aussah Stimmt Dann hab ich Schüsse gehört, dann hab ich versucht zickzack zu laufen Dann hab ich gesehen, dass du das nicht warst Dann war schon zu spät, hm? Ja, dann lag ich da noch eine Minute ungefähr Aber dann hat noch keiner von euch rumgeballert gehabt Noch nicht Ich hab nachdem er auch Nachdem ich ihn gesehen hab Nachdem du umgefallen bist Da war sogar Jens noch gestanden Hab ich auf den geschossen Dann ist Jens umgefallen Und dann War er auch tot Ich bin jetzt erst halt im Polana unterwegs, alter Nix zum töten hier Du scheiße Ich glaub das sind auch so scheiße, wenn ich immer gleich schießen würde Ich hab den gesehen und es war scheiße, dass du gar nichts machen konntest, Andi Ja Der war voll offen, nämlich auf den Berg legen Das war richtig scheiße Das ist zur Zeit immer so, keine Ahnung Das war vor dem scheiß Update, nicht? Das Update hat es nicht besser gemacht, die ganze Scheiße Für die neuen Waffen habe ich auch noch keine gefunden, das ist so der Scheiß, alter Ja, ich häng ja in den Texturen fest, kann gar nichts machen Ich glaub das liegt halt auch größtenteils an deinem Internet, dass das halt absoluter Mist ist Ja, was soll das mit dem Schlagen zu tun haben Dass das irgendwie mit dem Server nicht richtig synchronisieren kann, ich hab doch keine Ahnung Ich mein das ist ja vorher, ich glaub das hat sie aufgehängt Ich mein das ist ja vorher auch alles gegangen Vorm letzten Update hat sie auch noch alles voll Das ist jetzt halt das Problem, dass die jetzt halt die Engines zusammenführen Die alte wird langsam überschrieben, nämlich Ein Zombie, der mich töten kann Ja, komm los Komm Susi, töte mich Wetter jetzt braucht sie wieder 200 Schläge Vorhin in zwei hätte ich getötet und jetzt Oh man, scheiß Spiel, alter Zwei 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 Hier Zwei 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 Ich bin gleich wieder da. Also Rewa, du bist... Ah, Rewa ist korrekt. Rewa, du bist ein Elektro, ne? Ja. Du bist ein Elektro? Ja, ich bin jetzt gerade wieder an der Feuerwehr. Wie? Du bist doch gestorben, oder nicht? Ja. Du bist da gespawnt? Ne, ich bin in... Ein... Nonra oder sowas gespawnt. Bist du so weit unten? Ja. Er ist jetzt mitten in der Map halt und ich bin jetzt halt da gleich direkt hinklaufen. Na cool, dann können wir uns ja wieder treffen. Beim Server bist du? Auf Sodiaxam? Ne, auf dem vollen. Was? Warum? Wenn ich mal Leiche vielleicht wieder looten will. Ja. Bin ich auf Deck. Ja, ist alles weg. Ich hole jetzt die PM73, also... So was von. So'n großen Nerf hier. Rewa, du glaubst nicht, wo ich gerade gespawnt bin. Wo? Elektro. Drei Häuser Kampf. Ach, das passt. Aber die ganzen Leichen und alles weg. Wo im Drei Häuser Kampf, wo ist das? Rewa, ich weiß was ich meine. Ganz am Anfang. Wo du immer gespawnt bist früher. Ey, das ist ein Zeichen, Alter. Ihr sterbt alle und spawnt alle da unten. Wir müssen weitermachen. Das hilft nichts. Wir schaffen es zum Airfield heute noch. Und sowas davon. Mach mal Lothar oder was? Ich bin tot. Ich habe mein Bein beim Treppe hochlaufen gebrochen und bin gestorben. Geil. Applaus für dich. ig... Ja. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020